so hallo meine lieben ja es ist soweit beziehungsweise ist es schon geschehen ich habe ihr mitgliederbereich ja das reading verlost wie jede woche unter meinen lieben kanal mitgliedern wir haben auch eine gewinnerin habe ich schon im mitgliederbereich verkündet im großen deck für die kommende woche ja und das möchte ich euch jetzt hier auch noch mal ankündigen weil es mir die benachrichtigungsfunktion von youtube mal immer so gar nicht funktioniert also nächste woche wird sehr sehr spannend wir haben gesehen da gibt es eine botschaft eine nachricht eine überraschung es wird etwas schönes passieren von dem du noch nichts weißt und auch die anderen energien sind sehr sehr interessant also da geht es wirklich um deine träume sehnsüchte um deine ziele denen du da ein ganz ganz großes stück näher kommen kannst mehr kann ich natürlich jetzt auch nicht verraten ihr seht ihr da schon liegen das prachtstück und wenn du noch nicht dabei bist oder jetzt auch immer sonntags das große deck für die kommende woche haben möchtest oder dann kommenten sonntag wieder dabei sein möchtest wenn ich ein reading verlose unter meinen lieben kanal mitgliedern dann kommt gerne dazu ich freue mich wenn du dabei bist das geht eigentlich ganz einfach gehst in youtube einfach auf meine angel readings startseite und da siehst du dann schon den button mitglied werden und da kannst du dir eben aussuchen was du dir im monat erlauben willst und schon bist du dabei wenn du iphone oder ipad hast ja dann musst du glaube ich über den safari browser eingehen weil über der app über die app von apple funktioniert scheinbar nicht so gut na also es ist sehr spannend was wir da haben hier tat ta tata kommt auf die andere seite sei dabei beim gewinnspiel und da würde ich sagen ja seit lieb zueinander bleibt gesund meine lieben und wir sehen uns ja dann beim nächsten video servus